Moin! Heute gibt es in den Gaming News einen ganzen bunten Blumenstrauß an verschiedenen Meldungen, etwas anders als in den letzten News-Sendungen, wo es oft ein übergreifendes Thema gab. Weil es diesmal so viele unterschiedliche News sind, sind sie dafür etwas kürzer und wie gewohnt könnt ihr die einzelnen Sachen auch über die Kapitelmarke in der Timeline unten anspringen. Aber insgesamt gibt es doch einiges zu besprechen, deswegen nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken und los geht's! Das erste Thema könnte jetzt dann doch etwas länger werden, weil es ist wahrscheinlich auch mein emotionalstes Thema in diesen News und dafür muss ich ein bisschen ausholen. Als erstes mal noch eine Info zu meinem Hintergrund. Viele wissen es ja vielleicht schon, manche auch noch nicht, die gerade neu auf dem Kanal sind, aber ich habe früher ja für die GameStar gearbeitet und lange Jahre allgemein im Spielejournalismus und deswegen bin ich vielleicht nicht ganz unvoreingenommen, wenn es da oft um Kritik oder Diskussionen rund mit dem Spielejournalismus geht und ich habe da oft eine andere Sichtweise. Zum Beispiel ist so ein beliebtes Thema, dass Spielejournalismus ja allgemein einfach schlecht ist und dem würde ich im Großen und Ganzen widersprechen. Ich glaube nicht, dass das so schlimm ist, wie oft gesagt, auch wenn das jetzt eigentlich das Thema ist, dass ich mich da gerade drüber ärgere, aber da komme ich gleich zu. Meistens ist er echt ganz vernünftig, gerade die GameStar persönlich lese ich immer noch ganz gerne. Den YouTube-Kanal, den der Christian und Fritz Schneider verantwortet, den finde ich richtig gut und dann gibt es manchmal noch ganz andere Themen, wie zum Beispiel die regelmäßig aufkommende Diskussion um vermeintlich gekaufte Spieletests, wo ich euch einfach ganz klipp und klar sagen kann, dass das so nicht stattfindet, wie das ganz gerne immer mal kolportiert wird. Das heißt nicht, dass es da nicht manchmal vielleicht problematische Sachen gibt oder versucht wird, vielleicht auch sogar mal indirekt sowas wie über Werbebudgets oder Review-Möglichkeiten, Preview-Möglichkeiten, da schon irgendwie Einfluss zu nehmen. Das ist erstens die Ausnahme und zweitens hat das dann auch nicht wirklich Einfluss auf das Ergebnis. Da stehen ganz andere Sachen dahinter, die vielleicht kritikwürdig sind, aber nicht das, was so oft vermutet wird. Das ist erst mal ganz hilfreich vielleicht, um zu wissen, woher ich komme, was da mein Stand ist und meine Meinung prinzipiell. Das Zweite, was vielleicht noch interessant ist jetzt, ist, dass ich ja jetzt eine Weile diese News-Sendungen hier mache, die mir sehr viel Spaß machen, die bei euch gut ankommen und ich mich deswegen auch in letzter Zeit wieder sehr verstärkt und auch anders mit Gaming-News auseinandersetze. Als Konsument war ich einfach ganz normal auf diesen Webseiten unterwegs oder auf YouTube, habe das gesehen, gelesen, geschaut, mal was besser, mal was schlechter, aber dann auch im Großen und Ganzen nicht so weiter drüber nachgedacht. Aber jetzt, wo ich die News wieder selber mache, betrachte ich viele von diesen Artikeln und Videos oder anderen Sachen einfach nochmal mit einem anderen Auge. Weil wenn ich jetzt eine News mache, dann versuche ich ja herauszufinden, okay, was ist der Hintergrund, wo kommt die her, trifft das wirklich zu, mache mir dann viele Gedanken, was kann ich dazu beispielsweise sagen, kenne ich mich eine Materie aus, kann ich das irgendwie einordnen und auch zusätzlich Informationen liefern, die jetzt in den Artikeln vielleicht nicht drin stehen, aber die es dann für euch als Zuschauer interessanter machen. Und weil ich das jetzt häufiger so gemacht habe in dem Ausmaß, ist mir dann doch manchmal aufgefallen, dass einige Berichte auf Webseiten oder einige Videos wirklich schlecht sind. Meistens habe ich das einfach abgetan, passiert hat, sind nicht gut recherchiert, nicht gut übersetzt, irgendwas einfach ein bisschen schlampig gemacht, sich eine Materie nicht auskennen. Und dann denke ich mir so, hm, schade, war eigentlich ein interessantes Thema, kann ich jetzt nicht verwenden, weil der Artikel nicht gut ist oder die Grundlage oder die Quelle. Ist jetzt aber auch kein Beinbruch, hat mich ein bisschen geärgert. Und vor allem, Fehler passieren überall. Also das wird auch in meinen News passieren. Ist mir auch manchmal schon passiert im Nachhinein, wenn die News von mir ein, zwei Tage alt ist, dass ich nochmal denke, hm, das hätte ich irgendwie anders diskutieren können, hätte ich folgenden Fakt nochmal einbringen können. Oder ich habe auch einen Fehler gemacht, der vielleicht auch mal in den Kommentaren aufgegriffen wurde. Und zum gewissen Grad passiert das einfach. Ich investiere schon relativ viel Zeit da drin, für so eine News-Sendung irgendwas zwischen zwei und sechs Stunden. Das liegt auch daran, nicht nur, dass ich irgendwie super gründlich bin, sondern dass ich manchmal auch ein bisschen langsam bin oder im Schnitt nicht so schnell oder mit anderen Sachen wie einsprechen. Aber egal, ob man da manchmal zwei Stunden oder sechs Stunden investiert, man wird immer noch Fehler machen und das nicht perfekt tun. Und das ist okay. Und was aber super ärgerlich ist und was nicht geht, finde ich, wenn das so ganz leicht auszumerzende Fehler sind, wenn das einfach die ganz simpelste und allererste Ebene betrifft, die man machen sollte, wenn man über ein Thema berichtet. Und wenn schon bei dem allerersten Schritt Fehler auftaucht und man da praktisch versagt, dann ist es was, was mich ärgert, sowohl als Konsument, aber auch als jemand, der immer noch in dieser Branche irgendwie zu tun hat. Wo dann immer gesagt wird, ja, so Spielejournalismus ist scheiße, weil das dann durch solche schlecht recherchierten Sachen einfach bestätigt wird. Und wie gesagt, in den letzten Wochen habe ich das meistens aber ignoriert. Aber irgendwie gerade heute, als ich mir ein paar Sachen angeguckt habe, ist das auf einmal so drei, vier Sachen ganz geballt gekommen. Und da habe ich mich so drüber geärgert, dass ich dann dachte, okay, es ist doch mal interessant, darüber zu reden. Ich habe dann kurz noch darüber nachgedacht, das dann doch nicht zu machen, weil es in diesem Fall zum Beispiel auch die Games damit betrifft. Aber das fand ich dann irgendwie auch unehrlich, weil ich dachte, das hat mich beschäftigt, das hat mich geärgert. Ich möchte drüber reden, dann werde ich das jetzt künstlich nicht nicht machen. Schöne doppelte Verneinung. Und gleichzeitig denke ich auch, dass es aber auch nicht repräsentativ für die GameStar ist. Das möchte ich auch hier nochmal sagen. Ich mag die GameStar als Webseite wirklich gern und finde, dass sie sehr gut das oft einordnen und mir auch oft gute zusätzliche Informationen geben. Also das, was ich bei einer Spielemeldung suche. Aber jetzt mal Butter bei die Fische, wie man so schön sagt, und das konkrete Thema mal ansprechen. Also es waren zwei News auf der GameStar auf GameStar Tag, die mir aufgefallen war, die ich halt erst interessant fand. Da ging es einmal um einen Bericht über jemanden, der bei Reddit anscheinend ein Posting gemacht hat, dass er von seiner verstorbenen Oma den Nachlass durchgegangen ist und dann eine Menge von Gameboys gefunden hat, plus eine Menge von Vario-Spielen und Mario Pinball Land. Und der selber dann darüber spekuliert hat, dass die Oma sich anscheinend ganz oft das Spiel und die Konsole gekauft hat, weil sie irgendwie nicht so richtig damit klar kam, wie man Spielstände zurücksetzen kann. Dass sie das Spiel immer wieder spielen wollte, nochmal von vorne und das aber nicht hingekriegt hat. Und das klang einfach nett. So die Oma, die halt diese Spiele total gern mag, die dann halt aus diesen Gründen sich das nochmal gekauft hat, immer und immer wieder. Der Enkel, der es irgendwann entdeckt hat, dann wieder an seine Oma gedacht hat, allgemein, wenn man da irgendwie so eine Verbindung hat zu seinen Großeltern oder Eltern, übers Gaming, was jetzt in unserer Generation noch nicht so häufig ist, weil meine Eltern und meine Großeltern spielen keine Computerspiele, fand ich einfach eine nette Geschichte. Die zweite Story klang auch ganz cool. Da ging es um einen selbstständigen IT-Experten in den USA. Der wurde von Siemens engagiert, um da was zu machen. Und bei der Arbeit, die er abgeliefert hat, hat er so einen Fehler eingebaut, dass es einfach nach mehreren Monaten zu Problemen kam. Und das hat ihm praktisch einfach selber Arbeit verschafft, weil dann musste Siemens ihn wieder anrufen und sagen so, hey, es gibt irgendwie ein neues Problem auf unseren Servern. Dann ist er kurz da hingekommen und hat das von der Ferne gemacht, weil er auch schon wusste, was das Problem ist. Er hat es ja selber verursacht, konnte es ziemlich schnell lösen und hat einmal eben regelmäßig Arbeit bekommen, die leicht zu erledigen war und damit Geld verdient. Das ist dann aufgeflogen, weil er dann, als wieder mal dieser Fehler aufgetreten ist, gerade im Urlaub war. Und dann hat das ein Kollege von ihm bearbeitet oder Leute bei Siemens selber. Und die sind dann nicht nur auf das Problem gestoßen, was sie behoben haben, sondern haben auch noch rausbekommen, dass das eben von diesem Typen selbst angelegt war. Oder einfach so eine nette kleine Geschichte, wie man sie mal zwischendurch mitbringen kann. Klingt ganz cool, hatte ich überlegt. Lohnt es sich da ein bisschen zu recherchieren? Und dann ging es noch um das Gerichtsurteil und die Strafe und so. Kann man mal machen. Das Interessante ist jetzt, wie ich mit solchen Sachen umgehe und wie ich finde, wie man allgemein etwas recherchieren sollte. Es ist jetzt nicht ungewöhnlich, gerade im Spielejournalismus oder allgemein im Online-Journalismus. Und das ist ja auch bei mir so. Ich betreibe ja keinen investigativen Journalismus. Ja, ich sitze nicht mit meinem Notizblog irgendwo und forsche monatelang hinter irgendwas hinterher. Ich lese halt auf Reddit, ich lese Webseiten, ich gucke YouTube-Videos. Einfach so, wie ich mich auch sonst informiere. Stoße auf interessante Themen und das ist auch okay. So kannst du halt herausfinden, was gerade los ist und was für dich interessant ist. Und dann versuche ich halt, das einzuordnen, das mit zusätzlichen Infos anzureichern, mit meinem Wissen vielleicht auch, mit meiner Einordnung, meiner Erfahrung und daraus eine gute Geschichte zu machen. Und das Allerwichtigste dabei ist, wenn man sich halt so viel auf andere verlässt dabei bei diesen Geschichten. Mein großes Mantra ist immer, geh zur Quelle. Das heißt, das hat ja hier auch dieser Autor nicht selber rausgefunden, diese Siemens und diese Gameboy-Geschichte. Das ist auch ganz normal. Aber du gehst dann halt zur Quelle. Manchmal ist das so eine ganze Kette. Das werden wir auch gleich hier sehen. Die Quelle von dem einen Bericht ist eine andere Webseite oder ein anderes Video. Das passiert wieder auf einer anderen Webseite. Und so musst du dich langsam durcharbeiten. Und dann landest du vielleicht irgendwie bei was, was entweder jemand von der Firma, vom Entwickler selber auf Twitter gepostet hat, bei einer offiziellen Pressemeldung, bei einem Geschäftsbericht, ja, ein Finanzbericht und, und, und. Also man muss diese Kette zurückverfolgen bis zum Anfang, weil jeder Bericht darüber hat ja andere Schwerpunkte. Der lässt manchmal was weg. Manchmal macht der einfach einen Fehler. Das kann immer mal passieren. Nicht bösartig, sondern hat irgendwie falsch gelesen. Dann passieren irgendwie Umrechnungsfehler bei Währungen. Ja, wenn jemand, was ich, gestern mit den Storys, wenn man irgendwie von der chinesischen Währung oder von der südkoreanischen Währung in Dollar umrechnet, passiert vielleicht ein Fehler. Dann rechnet jemand anderes das von Dollar in Euro um, schon gar nicht von Originalwährung, macht dann nochmal einen Rundungsfehler oder einen anderen Fehler. Und wenn du dich darauf verlässt, dann nimmst du diese Fehler alle mit. Genauso mit Übersetzungen. Ich habe gestern gerade in der letzten News was über Südkorea gehabt. Und dann, wenn du dann einfach eine andere Website zitierst, kann das sein, dass die schon einen Fehler gemacht hat. Das heißt, ich gehe zu dieser koreanischen Originalmeldung vielleicht und jag die eben schnell durch Google Translate oder DeepL. Das dauert nicht lange. Und dann kann ich selber sehen, okay, ist die andere Übersetzung korrekt gewesen oder waren da schon Auslassungen? Ist da ein anderer Fehler passiert? Zum Beispiel, wenn auf koreanisch, auf englisch übersetzt wird und von englisch auf deutsch und ich dann mich darauf verlasse, ist auch schon wieder so eine Stille Post. Also das sind so die allernötigsten Sachen. Die Quelle herausfinden, die groben Fakten noch mal selber überprüfen. Und ich finde, wenn man das gemacht hat, dann hat man schon so das Allerwichtigste erledigt. Man kann immer noch mehr tun, aber muss man jetzt auch nicht. Gerade das Real-Journalismus ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft. Da kann immer mal auch ein Fehler passieren. Nun gut. Aber hier, in diesen beiden Sachen hat es mich halt wirklich geärgert. So, weil diese beiden GameStar-Artikel basieren beide jeweils, und das steht auch drin, das ist immerhin wichtig auch, dass man seine Quellen idealerweise dann in so einem Textartikel vor allem verlinkt. Die basieren beide auf Artikeln von MeinMMO. Und das ist auch nicht so ungewöhnlich, weil GameStar und MeinMMO zur gleichen Firma gehören, zur Webedia. Ja, deswegen, das heißt so ein bisschen Content Sharing, Content Syndication. Du nutzt halt die gleichen Sachen einfach auf mehreren Webseiten, wenn es für diese Webseite interessant ist. Aber unabhängig von der Herkunft möchte ich ja, wenn ich irgendwo auf eine News-Sektion gehe, was Aktuelles lesen. Und diese News von der GameStar vom 3. und 4. Januar bezogen sich dann aber schon auf Artikel von MeinMMO, die zu diesem Zeitpunkt dann schon drei Wochen oder älter waren. Die waren also nicht mehr ganz taufrisch. Aber das ist nicht mal das größte Problem. Der Autor auf der GameStar hat halt diese Artikel von MeinMMO übernommen und vielleicht auch aus dem Grund, dass es aus dem gleichen Haus und der gleichen Firma kommt, nicht mehr so gesauber und genau recherchiert und einfach das praktisch nur ein bisschen umgeschrieben. Und das ist leider der Knackpunkt. Denn der Originalartikel, die News von MeinMMO, war leider, man kann es nicht anders sagen, die komplette Scheiße. Das ist mir nämlich aufgefallen, als ich mir dann eben, wie ich das vorhin erklärt hatte, die Quellen anschauen wollte. Also von den Oma-Artikel, der Reddit-Post und von dieser Siemens-Geschichte ein Artikel, die Webseite von Industrial Security Pulse. Und wenn du diesen Schritt machst, der jetzt auch nicht so viel war, das waren jetzt für mich zwei Klicks, also der erste Artikel von MeinMMO war es eigentlich der erste Klick. Er hat es auch selber verlinkt, das anzugucken. Und für den GameStar-Kollegen wären es halt zwei Klicks gewesen. Dann sieht man aber, dass der Reddit-Artikel über diese Gameboy-Geschichte über ein Jahr alt ist. Und man sieht, dass der Artikel von Cyber Security Pulse anderthalb Jahre alt ist. Und das geht nicht. Das kannst du nicht als News verkaufen. Das ist einfach nicht okay. Aber das ist dann halt sowas, wo dann die Leute zu Recht sagen, Videojournalismus ist doch irgendwie nur billig dahin geklatscht. Leider wird auch mal mehr von KI übernommen. Das ist schon seit ein, zwei Jahren ein Problem und wird immer mehr. Und das ist auch mühsam. Aber gerade dann sollte man sich halt Mühe geben und nicht die gröbsten Fehler machen. Und das wird ja auch nicht als irgendwie so ein Kuriosumsartikel oder Sammelartikel verkauft, sondern es ist halt bei den Tech-News, es ist halt bei den News drin halt. Hier die Siemens-Geschichte, hier die Gameboy-Geschichte. Und dann heißt es halt, bleib auf dem neuesten Stand im Tech- und Hardware-Bereich. Auf dem neuesten Stand von vor anderthalb Jahren oder was? Das muss doch nicht sein. Und das war mir irgendwie schon vor ein, zwei Tagen aufgefallen. Hatte ich da ein bisschen abgetan. Aber gerade heute sind dann noch andere Sachen dazugekommen. Und dann war es einfach irgendwie insgesamt zu viel. Hier ist zum Beispiel ein Artikel von Gamespot, der heute, nee, gestern erschienen ist. Heute ist der sechste. Und der heißt, Valve macht Boomer-Shooter zu einem offiziellen Genre auf Steam. Und die Meldung fand ich erst witzig, weil Boomer-Shooter hat in den letzten zwei Jahren, zwei, drei Jahren vielleicht schon so eine richtige Renaissance bekommen, dass diese alte Ästhetik und diese alte Gameplay von Shootern wie eben in Doom, in Duke Nukem, in den Blood und so weiter, dass die alle zurückgekommen sind. Und ich fand es irgendwie cool und witzig, dass das sozusagen auf Steam jetzt vielleicht offiziell als Genre einsortiert wird und damit mehr Aufmerksamkeit erhält. Dann habe ich mir das angeschaut und bin zu Steam gegangen. Wie man das halt so macht, wie gesagt, ein bisschen das Mindestmaß an dem, wenn ich einen Bericht erstelle. Habe irgendwie hier die Links angeklickt, habe mir den Tweet angeschaut, bin auf Steam gegangen. Und ja, es gibt diesen Boomer-Shooter-Tag auf Steam. Aber da sind einfach diese User-Defined-Tags, diese Labels, die es schon immer gibt. Und die man hat jetzt auch, wo es auch Boomer-Shooter hat, wo man draufklicken kann, die übrigens nicht sehr gut funktionieren. Das ist ein anderes Problem. Da sollte Steam mal wirklich was machen. Aber der Artikel impliziert halt was anderes. Man denkt halt wirklich, okay, da hat Steam jetzt was gemacht. Ja, hier Official-Genre und Steam. Valve hat das gemacht. Und das impliziert eine ganz andere Qualität, als dass hier irgendwelche Texts da sind, die oft nicht richtig funktionieren. Das ist einfach so ein schlechter Artikel. Das ist ein dummer Artikel, der hier auch irgendwas mit einem Tweet noch reinmaut, der auch nicht so richtig hilfreich ist. Ein bisschen was dazuschreiben. Fertig hast du deinen Artikel. Und das ist einfach lazy. Das ist shit. Dann war mir noch schlechter Spiele-Journalismus aufgefallen bei der ganzen Berichterstattung rund um den Tetris-Rekord. Ich glaube, dazu mache ich nachher auch noch kurz was. Deswegen vielleicht greife ich das da noch mal auf. Und das Letzte war dann, das kam irgendwie alles heute zusammen. Das ist nicht mal richtig schlechter Spiele-Journalismus. Es ging hier darum, um die New York Game Awards 2024 in die Nominierungen. Und okay, diese ganzen Game Awards laufen jetzt. Die habe ich noch nie von gehört. Und wollte ich dann trotzdem mal kurz anschauen, was das so wohl ist. Bin ich auf die Webseite gegangen. Und die nennen sich halt der New York Video Game Critics Circle. Also ein Kreis von Video Game Critics, von Video Game Journalisten und Kritikern aus dem Raum New York, denke ich mal. Und die haben eine eigene Award Show. Ist eigentlich jetzt nicht großes. Erst bin ich darauf gestoßen, was ganz witzig war, in einem anderen Kontext. Wobei dann Starfield dafür nominiert war. Einmal für Best Game of the Year nominiert, wo ich schon denke, uff. Und dann ist es für Best Writing in a Game nominiert. Und da dachte ich schon wieder, das kannst du nicht machen. Also ich mag Starfield nicht. Das ist kein Geheimnis. Es gibt viele Leute, die mögen Starfield. Und das ist auch völlig fein. Und ich denke, man kann auch aus bestimmten Gründen Starfield für toll halten und da hunderte Stunden drin verbringen, wenn einem das Spaß macht. Wenn man Bock auf das Shipbuilding hat. Wenn man diese gigantische, weite Welt mag. Einfach so ein bisschen entspannt und chillig. Darum zu fliegen, Planeten zu erkunden, Quests zu machen, ja, Außenposten zu bauen, sein Schiff neu zu designen. Das Gunplay ist ja auch ganz nett. Es gibt viele verschiedene Fraktionen und Quests und alles. Also man hat relativ viel Freiheit. Man kann ja dann schon entscheiden, was man in dieser Welt tut, ohne jetzt den Quest oder der Main Quest zu folgen und den Zeitmissions. Und es gibt einfach viele Gründe, warum man das mögen kann. Aber selbst die Leute, die wirklich große Fans von Starfield sind, da treffe ich keinen davon, der sich hinstellt und sagt, ja, aber weißt du, warum Starfield so geil ist? Weil das Writing so gut ist. Die Texte, Dialoge sind so gut geschrieben. Die Quests, die... Ne, das sagt keiner. Und wenn man sagt, dass Starfield im letzten Jahr, wo wirklich 2023 ein sensationell gutes Jahr war, das verdient hat, nominiert zu werden für Best Writing in the Game und das halt von Leuten, die sich selber als Videogame-Critics bezeichnen und da irgendeine Organisation sogar haben, dann hast du deinen Job verfehlt. Dann bist du ein beschissener Videogame-Critic oder Journalist, wenn du Starfield Best Writing mit einsortierst. Vor allem gibt es später zum Beispiel noch Best Music in the Game. Und ich finde, die Musik in Starfield ist richtig geil. Ich finde die Musik fantastisch. Im Weltraum, das Main Theme, viele andere Sachen, richtig gut. Meinetwegen, mach Best Music in the Game. Bei Best World ist es auch noch drin. Würde ich jetzt auch nicht sagen, weil sowas wie ein Spider-Man 2 hat eine coole Welt. Wie ein Cyberpunk. Baldur's Gate 3 auch. Alienware 2 auf einer Seite auch. Ich kann auch schon nicht mehr reden. Chance of Senna, meinetwegen auch. Starfield hat eine große Welt. Und vielleicht ist es schon was Besonderes, einfach im Weltraum in diesem Ausmaß rumzufliegen, obwohl rumfliegen auch wieder das Problem ist. Egal, ich will da gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Meinetwegen sogar Best World. Best Games, auch noch so eine Sache. Aber du kannst nicht Best Writing machen. Und das ist wieder was. Da nennen sich Leute Videogame-Critic und nominieren das Spiel als Best Writing. Und das ist einfach, hast du deinen Job dermaßen fehlt und das ärgert mich. Und das kam irgendwie alles zusammen. Also, und da wundert es mich ja nicht, wenn Leute manchmal sagen, okay, Videogame-Journalismus ist halt irgendwie Shit, wenn solche Sachen passieren. Solche Sachen sollten echt nicht passieren. Und da wir gerade über Spiele-Journalismus gesprochen haben, werde ich jetzt mal zeigen, wie man es richtig macht. Achtung, wir werden gleich sehen. Naja, erstmal habe ich vor zwei Tagen ein Video gemacht über die Xbox-Bands, die teilweise gerade rumgehen, wo Leute für mehrere Tage, Wochen oder sogar über ein Jahr gebannt werden, weil sie Videos in Baldur's Gate 3 aufnehmen, wenn da eventuell Nacktszenen drin sind. Und das ist einmal an und für sich schon interessant, aber auch ein bisschen tiefer gehend, weil es ein Licht drauf wirft, wie Microsoft mit deinen Daten umgeht, was sie ungefragt machen, was davon sinnvoll ist. Überhaupt, also das ist schon ein ganz spannendes Thema. Falls ihr das verpasst habt, solltet ihr euch das Video unbedingt angucken. Aber heute bin ich nochmal auf das Thema gestoßen, weil es jetzt neue Entwicklungen gibt. Eigentlich ist das ja eine reine Microsoft-Geschichte. Aber jetzt hat sich da Larian und auch der Publishing-Director eingeschaltet, weil die sich einfach um ihre Spiele kümmern und haben da jetzt auch mal angefangen, ein bisschen Druck zu machen. Und dann hat er schon vermeldet, dass sie in Gesprächen mit Microsoft sind. Er hat gesagt selber, das ist erneuern und uncool. Ja, das ist wirklich nicht cool und das ist ärgerlich. Für manche sogar sehr viel mehr als ärgerlich, weil wenn man von Microsoft da Xbox Live gebannt wird, ist es nicht nur so, dass man dann keine Sachen mehr posten oder hochladen kann. Sondern du kannst auch manche Spiele nicht spielen, die auf den Xbox Live-Service angewiesen sind. Der Typ konnte kein Modern Warfare 3 mehr spielen. Selbst die Solo-Kampagne nicht, weil das Spiel im Hauptmenü schon eine Xbox Live-Verbindung haben möchte wohl. Oder du kannst auch den Multiplayer-Spiel-Part von Baldur's Gate 3 dann nicht nutzen. Also deswegen ist das ziemlich ärgerlich. Hier haben sie das auch nochmal gesagt, dass sie dann nochmal mit Microsoft gesprochen haben und dass die Bands dann bald zurückgenommen werden sollen. Und dann auch nochmal die letzte Meldung, dass sie jetzt nochmal die Bestätigung bekommen haben. Heute Morgen, hat er gesagt, also das war von ihm gestern geschrieben, dass die Bands jetzt aufgehoben werden. Und dass sie immer noch weiter Diskussionen mit Microsoft führen, dass sie natürlich den jetzt nicht reinreden werden, dass sie ihre eigene Policy haben. Können sie ja auch gar nicht. Aber allein dieser Druck von einem großen Publisher, von einem Entwickler eher, der so ein Riesenspiel veröffentlicht hat, eines der wichtigsten Spiele des letzten Jahres und auch der nächsten Jahre, das hat halt Einfluss darauf. Diese ursprüngliche Geschichte, dass jemand über ein Jahr gebannt war, dass das dann aufgehoben wurde, hatte auch nur den Grund, weil das auf Reddit und auf verschiedenen Gaming-Seiten diskutiert wurde und dann schlechte Presse für Microsoft war. Und das hilft jetzt aber vielleicht auch den anderen Leuten, weil es muss jetzt ja nicht jeder irgendwie noch einen Artikel starten und wird auch nicht mehr diese Aufmerksamkeit bekommen wie der Erste. Deswegen, wenn sich da Larian für einsetzt, hat das Auswirkungen erstmal für die Leute, die jetzt konkret in diesem Fall betroffen sind. Aber vielleicht überdenkt Microsoft auch diese ganze Geschichte, die ziemlich scheiße ist. Also das war einfach nochmal ein nettes Follow-up für diese Sache. Deswegen habe ich es nochmal angesprochen. Aber jetzt kommt der gute Spielejournalismus zum Tragen. Das Gute ist jetzt, nachdem ich über das Thema nochmal berichtet habe, kann ich ganz legit und ehrlich in mein Teaser-Bild jetzt wieder irgendwie so eine nackte, vielleicht verpixelte, vielleicht einfach nur anrüchige Figur packen, weil ich habe über das Thema berichtet. Es geht ja um das Thema Nacktheit in Baldur's Gate 3 und dass dafür gebannt wird. Und jetzt natürlich die Frage, jetzt kommt wieder auch echte Spielejournalist zum Vorschein. Was nehme ich jetzt? Weil hier in dem Originalding hatte ich ja schon Shadowheart. Habe ich schon verpixelt, damit das auf YouTube keinen Ärger gibt. Jetzt kann ich ja nicht nochmal Shadowheart nehmen. Könnte ich schon, aber ist ein bisschen langweilig. Jetzt muss ich recherchieren, was nehme ich denn für ein Bild? Was ist denn angesagt? Ich hoffe, ich muss dann danach nicht zu viel rausschneiden. Aber wir gucken einfach mal. Also meine erste Romanze war ja Leisel. So. Leisel, wir gucken mal kurz. Bilder. Und es war zwar meine erste Romanze, aber sie ist irgendwie nicht so richtig sexy für ein Teaser-Bild, finde ich. Okay, das ist schon mal nicht so schlecht. Könnte man vielleicht was draus machen. Aber das ist jetzt auch nicht so ganz. Also wir haben Leisel, wir haben natürlich Shadowheart. Kalach. Oh, Kalach. Gucken wir mal Kalach. Kalach ist auch nicht schlecht. Hat ja auch immer schon dieses Outfit an. Könnte man vielleicht was draus machen. Ich glaube, menschliche Charaktere eignen sich eigentlich immer besser für so ein Teaser-Bild, weil, ähm, ich glaube, Leute klicken da eh einfach drauf. Wir können ja trotzdem mal Kalach sexy googeln. Ah, okay. Ja, da geht schon was. Das wäre natürlich dann ein bisschen gezeichnete Bilder, ein bisschen was anderes. Das ist auch, das ist schon nicht schlecht. Könnte man das dieser Bild nehmen, aber wie gesagt, ich glaube, andere Sachen ändern sich, äh, eignen sich trotzdem besser. Safe Search ist, okay, wir machen mal kurz explizite Bilder, unkenntlich machen. Okay, gucken, waren die so schlimm? Ich weiß nämlich gar nicht genau, was er da jeweils macht. Explizite Ergebnisse filtern. Aber dann werden die gefiltert. Ne, wir machen die unkenntlich. Erst mal vorsichtig sein für das Video noch. Okay, Kalach. Das sind die drei, ähm, Companions, die man ja haben kann. Vielleicht Urin noch. Ja, Urin würde auch noch gehen. Machen wir mal Baldur's Gate 3. Sexy. Wir fangen auch nicht mit Topless an, das machen wir später Urin. Ja, Urin würde auch gehen, durchaus. Okay. Da merkt ihr mal, wie viel Recherche in so ein Video reinfließt. Vielleicht eignet sich aber auch ganz einfach ein anderes Bild. Nämlich sowas. Einfach jemand, ein anderer Charakter. Shadowheart war schon ziemlich gut. Sexy. Machen wir mal nur sexy. Was kommt da denn raus? Okay, da fliegt schon mal einiges mehr raus. Hier haben wir auch noch ein paar andere Sachen. Hier haben wir dann Astarion. Okay. Das sind so viele Sachen auch nicht so wahnsinnig sexy. Ich pausier mal kurz die Aufnahme und schau mal kurz in die Videos, in diese Bilder rein, die er ausblendet. Okay, die gehen noch. Da hatten wir natürlich diese ganze Clowns-Geschichte, wenn man die Szene damit auslöst. Die Shadowheart-Romance-Scene im See. Aber hier schön mit einem Balken davor. Ja, aber ich will nicht Shadowheart noch mal nehmen. Das heißt, wir machen erst mal Safe Search wieder an. Und dann Sexy NPC. Ja, Charakter. Sexy ist, glaube ich, zu harmlos. Wir machen mal Topless. Okay, da gibt es dann schon mehr Bilder. Oder Nude. Gucken wir mal. Hier, das aber noch alles ausgibt. Dann zum Balken. Okay, es wird immer mehr. Jetzt muss ich euch heute leider hier rausschmeißen, weil ich sonst mein Video nicht vernünftig hochladen kann. Ich werde jetzt mal noch dann schön nach einem Bild suchen, was ihr dann im Teaser-Bild bewundern könnt. Aber so seht ihr, so funktioniert guter Spielejournalismus. Man recherchiert, man überlegt sich, man macht sich Gedanken. So funktioniert das. Zwei kleine, aber zwei schöne Nachrichten sind mir aufgefallen. Zu Tekken und zu Prince of Persia. Fangen wir mal mit Tekken an. Das hier ist der Game Director der Tekken-Serie. Oder auch jetzt von Tekken 8. Übrigens ziemlich geiles Profilfoto. Bin ich ein bisschen neidisch. Kann ich nicht ganz mithalten mit neuem, obwohl es auch ziemlich gut ist. Wir gucken mal ganz kurz bei mir rein. Abmelden. Nee, ich wollte auf die Seite. Kann ich da nicht eben hin? Das ist auf jeden Fall auch ein gutes Bild von mir. Naja, darum soll es nicht gehen. Es geht hier um Katsuhiro Harada. Und der hat angekündigt, dass die Tekken 8 Demo ja schon draußen ist und dass die gutes Feedback bekommt und dass ich auch durch die gute Qualität der Demo dann vielleicht die Vorbestellung erhöhen. Und das ist was, was mir in den letzten Monaten irgendwie aufgefallen ist, dass die Demos zurückkommen. Dass immer mehr große Spiele Demos veröffentlichen, wo man das Spiel mal ausprobieren kann. Und das finde ich einfach total klasse. Das war auch eine Meldung von Ubisoft zu Prince of Persia. Übrigens zeichnet sich wohl ab, dass das ein ziemlich gutes Game wird. Den letzten Trailer fand ich ganz schön schick. Ursprünglich hat mich irgendwie, ich kann gar nicht sagen warum, das Character Art spricht mich nicht so an. Das sieht irgendwie so ein bisschen so hip aus, falls ihr versteht, was ich meine. Und während ich das Prince of Persia so ein bisschen märchenartig verorte, mein liebstes Prince of Persia ist das Sands of Time. Und das sieht halt einfach so modern, hip aus. Aber die letzten Trailer sind wiederum ganz cool. Nach dem, was ich so höre von Leuten, die das schon gespielt haben, scheint das sehr gut zu sein. Und es kommt am 18. Januar, ist jetzt auch nicht mehr lang hin. Die erste Meldung erstmal ist nicht mehr so schön. Dieses typische, dass man das schon wieder ein paar Tage vorher spielen kann, wenn man irgendwelche Versionen vorbestellt oder hier in diesem Fall Ubisoft Plus Subscription hat. Nicht so toll. Aber auch hier ab dem 11. Januar gibt es für alle Plattformen eine kostenlose Demo. Und wie cool ist das denn? Finde ich wirklich klasse. Hätte ich von Ubisoft gar nicht erwartet. Und auch das wieder ein Spiel mehr, wo mir das in den letzten Monaten aufgefallen ist. Was hoffentlich fein wird, aber nicht so klein, ist Exodus. Den Trailer haben sie ja bei den Game Awards gezeigt. Und ich finde, das sieht richtig cool aus und hat auch spontan an Mass Effect erinnert. Die haben in letzter Zeit so eine Serie von Q&As veröffentlicht, wo sie halt Fragen beantworten und einfach ein bisschen Infos zum Spiel raushauen. Und das hat auf Twitter jetzt jemand ganz gut zusammengefasst. Und das sieht richtig cool aus. Also ich finde, das Spiel interessiert mich eh. Es erinnert mich, wie gesagt, bis an Mass Effect. Ein gutes Science-Fiction-Universum mit einem wirklich Story getriebenen Spiel. Ist genau das, was ich wollte. Der Trailer ist fantastisch. Aber wir gucken mal kurz, was diese Sachen sind, die meine Vorfolie nochmal gesteigert haben. Das Erste ist, dass es bestätigt ist, dass der Protagonist, dass der Held der Spielzeit voll vertont ist und nicht silent. Und das mag ich eigentlich immer lieber. Bei manchen Spielen gibt es die Diskussion, so offeneren Spielen wie in einem Fallout. Selbst in Baldur's Gate 3, wo man relativ viele Möglichkeiten hat und Leute irgendwie das störend empfinden, wenn der vertont ist. Ich sage immer noch, man kann es ja auch einfach ausschalten, theoretisch. Aber es ist ja gut ein bisschen Aufwand. Aber bei so einem richtigen Story-Spiel, wie bei einem Exodus, eben einem Mass Effect, finde ich das so viel besser für die Atmosphäre und die Stimmung, wenn der voll vertont ist. Und das ist bestätigt, finde ich ganz große Klasse. Außerdem wird viel Arbeit reingesteckt. Okay, also das sagen die Entwickler. Man muss das natürlich immer ein bisschen einordnen, dass es jetzt nicht so unabhängig bestätigt. Das sagen die Entwickler. Aber wenn die Entwickler irgendwas sagen, legen sie zumindest Wert drauf. Und sie legen anscheinend Wert drauf, dass es viele verschiedene Enden gibt, die von den Entscheidungen abhängen. Und dazu passt auch dieser Punkt hier, dass es definitiv nicht linear ist, sondern dass man viel Freiheiten haben wird, das zu erkunden. Man hat eine ganze Auswahl von Begleitern, von Companions, die sehr wichtig für die Experience sind. Das ändert auch sehr an Mass Effect. Also alles ändert eh sehr an Mass Effect. Der Charakter von Matthew McConaughey, den man ja auch bei den Game Awards gesehen hat, ist nicht der Hauptcharakter, sondern es ist eher so ein Mentor. Dass man den als zentrale Figur hat, aber nicht als eigene, ist, glaube ich, eine ganz coole Idee. Auch hier, Menschen sind die Underdogs. Man hat das schon ein bisschen gesehen, aber sind halt in dem Centauri-Cluster, wo sie da mitspielen, sind sie halt die Außenseiter. Und nicht nur die Außenseiter, sondern Anderdogs hat auch die Aussage, da steht hier auch, very bottom of the food chain, dass eigentlich die schwächste Rasse ist. Dass da mehrere Völker geben wird und die Menschen da ganz unten stehen. Das ist natürlich auch eine interessante Perspektive. Inspiration sind Interstellar, gut, Matthew McConaughey, auch die Zeitdilatation, die man da gesehen hat im Spiel. Das ist klar. Dune, haben sie auch schon genannt. Verschiedene IPs, verschiedene Franchises von Teams, die an Baldur's Gate 3, Star Wars und Dragon Age gearbeitet haben. Ich finde es wirklich interessant, dass sie gar nicht Mass Effect nennen als Inspiration, weil Mass Effect steht auch ganz klar in der Tradition von einem Dragon Age und von einem Baldur's Gate. Und dann Mass Effect als das Science-Fiction-Rollenspiel, als die große Science-Fiction-Rollenspiel-Serie und Action-Rollenspiel die es einfach ist. Nicht zu nennen, ist etwas seltsam. Sie sagen noch, dass sie die Wissenschaft hinter dem Spiel sehr ernst nehmen. Zum Beispiel haben sie auch hier die Zeitdilatation genannt, wie das funktioniert, dass sie mit verschiedenen Science-Fiction-Autoren zusammenarbeiten. Finde ich cool, weil das immer das noch stärker und interessanter machen kann. Sie haben das Spiel in dem Omega-Centauri-Cluster, einem alten und sehr ungewöhnlichen Cluster und ungewöhnlichen Galaxie, die sie für einen bestimmten Grund genommen haben. Ich bin gespannt. Ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, was das Besondere an Omega-Centauri ist. Aber wenn sie sich da Gedanken zugemacht haben, ist das ja nur gut. Und das wird ein Rollenspiel mit Entscheidungen und Konsequenzen sein. Und das hat diese Rollenspiele, die auch so aufgebaut sind, da Einfluss auf die Entwicklung hatten, genauso wie andere Franchises wie Horizon, Tomb Raider und Last of Us. Dass das die Qualität ist, an der sie sich messen wollen. Und da nennen sie Spiele wie Horizon, die sehr gut sind. Tomb Raider, sehr gemischt. Aber Last of Us, also von der Qualität her, auch wenn man jetzt manchmal die Story vielleicht nicht mag, hervorragend. Und dass auch Entscheidungen, Konsequenzen und andere Rollenspiele aus diesem Genre da ihr Maßstab sind. Große Worte. Hat auf jeden Fall meine Vorfreude nochmal weiter gesteigert. Ich bin sehr gespannt, was uns bei Exodus da noch weiter erwartet. Da das Video jetzt schon sehr viel länger geworden ist, als eigentlich geplant, der erste Block leider ein bisschen eskaliert, werde ich die anderen Themen mal gucken. Mache ich morgen wieder ein News-Video? Kann gut sein. Das mit dem Tetris-Rekord ist zwar schon ein bisschen älter, die Meldung an sich, aber es gab ein paar interessante neue Entwicklungen. Auch hier zu Star Citizen was und so. Gucke ich mir einfach dann eventuell morgen an. Für heute erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Euch noch einen schönen Tag und bis dann.